Diesen unschönen Bahnhof entdeckte ich heute auf meinem Minecraft City Build Server und fand dabei diesen Spieler, welcher ihn gerade fertigstellte. Demnach wollte ich ihm etwas helfen und als ich aus dem Manage ging, platzierte er auch direkt ein Schild und fragte, ob ich ihm denn einen schöneren Bahnhof bauen könnte, da sein jetziger echt hässlich aussieht. Weil ich jedoch selber nicht gut bauen kann und ich ihm trotzdem seinen Wunsch erfüllen möchte, kopierte ich diesen riesigen Bahnhof auf sein Grundstück und er konnte es vor Freude nicht glauben. Was er aber nicht weiß, dass er diesen Bahnhof lediglich für 24 Stunden besitzt und pro Like erhält er ihn für eine Stunde länger. Zumal er noch die Schienenstrecke erweitern muss, droppe ich ihm pro Follow jeweils den Blog, den der Top-Kommentar vorschlägt. Der Server ist Java und Batwalk. Folge von mehr.